Guten Morgen, ganz herzlich willkommen bei Sonntags. In diesem Monat gehen wir näher darauf ein, wie sich Deutschland verändert. Heute geht es um die Frage, wie sich im Zuge der Digitalisierung unsere Arbeitswelt wandelt. Die Digitalisierung wird als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit gesehen. Es werden hierarchische Grenzen verschwinden und Arbeitnehmer werden vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie sich die Arbeit des Arztes, des Seelsorgers oder des Handwerkers im Zeitalter der Digitalisierung wandelt. Für eine Teppichweberei im Norden von Hessen hat die Digitalisierung alles verändert. Die kleine Manufaktur stand kurz vor dem Aus und dann hatte der Juniorchef die rettende Idee. Eine beeindruckende Geschichte. In vielen ländlichen Regionen ist die ärztliche Versorgung nicht mehr zu 100 Prozent gewährleistet. Und deshalb wird in vielen Orten von Deutschland gerade der Einsatz eines Telenotarztes getestet. Dank der Digitalisierung ist es jetzt möglich, einen Notarzt live in einen Krankenwagen zu schalten. Dabei ist der Notarzt vielleicht hunderte Kilometer entfernt und seine Diagnose stellt er online. Die Digitalisierung der Arbeitswelt bringt eine ganz neue menschliche Spezies hervor, die digitalen Nomaden. Nomaden kennen Sie natürlich, das sind Menschen, die von Ort zu Ort ziehen. Die digitalen Nomaden, die ziehen auch von Ort zu Ort, aber immer mit ihrem Laptop im Gepäck. Ihre Arbeit, die erledigen Sie dann am Strand oder in einer gemütlichen Bar. Und Ihre Aufträge kommen per Mail. Die Digitalisierung wird auch das Leben des Seelsorgers und die Arbeit der Kirchen verändern. Wir haben einen Pfarrer besucht und zeigen Ihnen, wie die Digitalisierung seinen Beruf verändert hat. Für die Seelsorger der Church of England ist bereits die Zukunft eingeläutet. In Großbritannien betet man schon heute mit der digitalen Assistentin von Amazon, mit Alexa. Und dafür wird auch zur Hauptsendezeit in Fernsehwerbespots geworben. Im Moment gibt es bei den deutschen Kirchen diese Bestrebungen noch nicht. Aber vielleicht wird sich das ja bald ändern. Und dann beten auch wir mit einem der Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google Home. So liebe Zuschauer, das war es von uns. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Hier geht es weiter mit dem evangelischen Gottesdienst aus der Kreuzkirche in Dresden. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Da geht es hier darum, wie Deutschland sich verändert und wie das die ländlichen Regionen betrifft. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche.